Mein Name ist Dina Krautinger. Wir haben vor zwei Jahren bei Ars Electronica uns einen Film eingereicht, Kim's Life. Das ist ein Flüchtlings-Trickfilm. Wir haben darüber von verschiedenen Ecken gehört, auch über die Schule und dadurch, dass es ein zeitgemäßes Thema war, haben wir beschlossen ihn einzureichen. Und im Zuge dessen wurde uns jetzt angeboten von Ars Electronica, dass wir nach Malta fliegen, um ihn hier zu präsentieren. Kindern, die auch interessiert sind in Animationen bzw. ins Filmemachen generell. Das ist eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein.